Los geht's mit 1902. Deinem MSV-Podcast mit Micha und Stefan. Präsentiert von United Autoglas Oberhausen. Viel Spaß. Eine neue Folge Pottbolzers 1902 mit Micha und Stefan nach dem 1 zu 2 unseres MSV Duisburg zu Hause gegen Rot-Weiß-Essen. Und bevor ich euch alle da draußen grüße und den lieben Micha jetzt gleich reinnehme, kleines Entschuldigung von unserer Seite. Speziell von der Technik hier gestern. Ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, aufgrund von einer kleinen Störung war es uns leider nicht vergönnt, gestern schon die Review durchzuziehen. O2 can do. Zum Beispiel. Und von daher machen wir es natürlich wie gewohnt hier sonntagsabends, heute mal an einem Montagabend. Wir haben euch nicht vergessen, es tut uns leid, aber manchmal sind uns auch ein bisschen die Hände gebunden. Von daher wuppen wir das Ganze hier ganz gewohnt durch. Ich sag mal so, ist nicht unbedingt besser geworden, auch mit zwei Tagen Abstand. Aber wir versuchen das Ganze wie immer sachlich, fair und kontrovers hier aufzuarbeiten. Und deswegen nehme ich in erster Linie mal den guten Micha dazu und sage schönen guten Abend an einem Montagabend. Schönen guten Abend, Stefan. Hallo liebe Leute da draußen, schon an die 200 Leute live dabei. Freut mich sehr. Ja, schauen wir doch mal, wo die Reise heute hinführt. Ich sag mal so, Samstagabend wäre es eine ganz andere Sendung geworden als heute am Montagabend. Und Sonntagabend wäre es auch eine ganz andere Sendung geworden als heute am Montagabend. Ich wäre normalerweise jetzt übrigens auf dem Platz am Montagabend. Ich habe nämlich heute ein Pokalspiel. Der feine Herr. Auf der Asche. Der feine Herr. Auf der Asche, ja. Ich bin nicht ganz fit. Deswegen habe ich abgesagt, also nicht nur wegen des Podcasts. Naja. Für den MSV würde es wahrscheinlich bei dir noch reichen und die hätten dich wahrscheinlich auch dringender als deine Truppe. In der alten Herrensachnummer. Alte Herren in? Brünen. Hm, wer kennt es nicht? Ja, es ist das Dorf hier bei mir nebenan am Niederrhein. Und der Grund ist, erstens ist es direkt um die Ecke und zweitens spielen wir nur montags. Und montags ist mein freier Tag. Ja, und wie gewohnt starten wir mal. Michael, würde ich sagen, mit unseren drei Punkten heute mal von mir an dich. Und ich kann schon vorwegnehmen, zweimal kommt was zu einem Spieler, XY. Und dann haben wir heute aus deinem Podcast, aus deiner Kategorie nochmal Start Bench Shell, sag ich schon, Sell. Start Bench BP. BP. Guck mal, uns ist die Laune nicht vergangen. Haben ja auch genug Bier getrunken am Samstag, von daher passt das schon. Ich bin Auto gefahren. Du bist Auto gefahren? Ja. Ehrlich? Ich hab gedacht, du bist rappelvoll. Nee, du warst vielleicht rappelvoll, aber ich bin Auto gefahren. Ja, perfekt. Ja, komm, dann lass uns mal starten. Im Moment, im Moment in aller Munde. Florian Wirz. Punkt, Punkt, Punkt. Der talentierteste deutsche Fußballer, der in Deutschland ausgebildet wurde in den letzten, poah, weiß ich nicht, zehn Jahren, würde ich sagen. Ich habe über dieses Thema auch mal mit einem anderen Duisburger letzte Woche gesprochen. Kommen wir vielleicht später nochmal zu, wenn es um einen anderen Podcast geht. Also unfassbar geiler Typ. Punkt. Kann man den Leuten dazu sagen, am Wochenende wieder erfolgreich, unter anderem in der Bundesliga für Bayer Leverkusen gewesen. Und ich habe mir heute den Highlight-Clip nochmal angeschaut. Kommentator hat Vergleiche gezogen mit J.J. Okoccia. Wo er seinen Gegenspieler quasi bis auf die Unterhose ausgezogen hat. Also ich finde, Florian Wirz, wie gesagt, jetzt sage ich es ganz schnell kurz. Mit Wimpeltausch haben wir eine aktuelle Folge draußen zum Thema Jugendausbildung in Deutschland. Da habe ich ein halbstündiges Interview mit Uwe Schubert, dem NLZ-Leiter des MSV Duisburg geführt. Und da geht es dann um die Konzepte, die von Watz getorpediert wurden und, und, und. Und da habe ich unter anderem die These aufgestellt, dass es in Deutschland nur Leroy Sané und Florian Wirz gibt. Und alle anderen eigentlich in England ausgebildet oder nicht so talentiert sind. Also ich bin ein Riesenfan von Florian Wirz. Dann das aktuelle Tor von Harry Kane in der Bundesliga. Wahr, Punkt, Punkt, Punkt. Geplant, wie ich gehört habe. Sie haben sich wohl vorher abgestimmt, weil der Torwart öfter mal zu weit draußen steht. Ja, und dann knallt das Ding mal eben aus der eigenen Hälfte mal eben so von da nach da rein. Walk me like a Harry Kane. Ja, kann man, kann man mal so machen. Und dann haben wir jetzt natürlich nochmal kurz Start, Bench und Sell. Und jetzt hatte ich mir im Vorfeld überlegt, ja, so Tönnies, Salou und so, aufgrund der aktuellen Abschlussschwierigkeiten beim MSV. Also wir schießen derzeit ja nicht unbedingt die, die, die absoluten, ja, wie sagt man, Lichter aus, oder? Oder ist es eher negativ, wenn man sagt, man schießt die Lichter aus? Ich weiß es nicht. Ihr wisst schon, was ich meine. Ja. Und deswegen nehmen wir mal vielleicht so eher so Leute, die auch irgendwie im Schaufenster standen beim MSV. Und zwar Uwe Spieß, werbe ich jetzt hier mal rein, Markus Marien und Sritzran Baljak. Ja, Baljak spielt. Weil? Weil ich glaube, dass er der abgewichsteste ist von den dreien. Wen hast du noch gehabt? Spieß. Ja, ja, Spieß. Und Markus Marien. Marien. Marien wird verkauft und Spieß auf die Bank. Okay. Spieß war doch, war Spieß nicht auch ein guter Standardschütze? Elfmeterschütze vor allem, ne? Ich weiß noch, am Anfang, glaube ich, hatte Spieß nicht immer so den, den, das, 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 wie soll man sagen, das. Julian schreibt gerade schon, Julian Funk, liebe Grüße, schreibt schon, Uwe Spieß hat immer nur auswärts getroffen. Ja, ist doch nicht schlimm. Dann spielt Baljak zu Hause und Spieß auswärts. Das ist doch super. Dann würden wir den jetzt nehmen, wenn wir am Sonntag in Mannheim spielen, würde ich sagen. Uwe Spieß einfliegen lassen. Naja, passt soweit am Ende und lass uns mal aufs aktuelle Geschehen zu sprechen kommen. Wir sehen schon eingeblendet, leider Gottes, Derby am Samstag zu Hause gegen Rot-Weiß-Essen. Es war, naja, wenn man jetzt sagen würde, mehr oder weniger alles angerichtet, dann ist das, glaube ich, auch zu viel des Guten, wenn man das anspricht oder sagt. Weil es gab ja schon im Vorfeld nochmal die eine oder andere Thematik, ja, da hat man was auf Essener Seite beschmiert. Dann sind die Düseburger natürlich auch nicht unbedingt zimperlich. Wir haben uns da auch nicht lumpen lassen. Dann gab es die Thematik rund um den Sicherheitsblock, der nochmal freigelassen wird. Es gab noch 1, 2, 3, 4, 5.000 Tickets am Ende des Tages. Trotzdem, ich glaube, wenn man als Düseburger mal so ins weite Rund blickt, da konnte man schon feststellen und jetzt, komm, lass uns mal keine Erbsenzählerei hier betreiben, war es schon insgesamt angerichtet, was so die Kulisse betrifft, als auch die Atmosphäre, die Choreo, die Stimmungsmacher, der Piet und der Stefan, schöne Grüße an dieser Stelle. Also, ich glaube, da kann sich kein Düseburger beschweren, wenn man am Tabellenplatz 20 steht, wenn man gefühlt seit drei Jahren kein Heimspiel gewinnt, dass am Ende, naja, vielleicht waren es 7.000 Essener, trotzdem 20.000 Düseburger im Stadion waren. Können wir uns darauf einigen. Können wir uns darauf einigen. Ich finde, und das, also erstens, warum ich gerade so gelacht habe, aufgrund dieser Derby-Woche, die hinter uns liegt, kann ich nicht anders, als immer, wenn jemand Rot-Weiß Essen sagt, in Gedanken diesen Satz zumindest zu vervollständigen. Du weißt, was ich meine. Zum anderen muss ich aber fairerweise sagen, dass die Kulisse von Essen auch auswärts, ja, unabhängig davon, ob es jetzt ein Verein ist, den du als Duisburger eher nicht so gern hast, sich sehen lassen kann und dass insgesamt ein Duell wie Duisburg gegen Essen kein Duell ist für, also schon gar nicht für weniger als die dritte Liga und eher, was die Zuschauer betrifft, eher für höher als dritte Liga, denn es gibt zahlreiche Vereine in der ersten und zweiten Liga, die sowas nicht hinbekommen und man darf auch eine Sache nicht vergessen, der MSV Duisburg ist seit zehn Jahren oder schon länger auf einem, mit immer wieder Zwischenhochs, auf einem absteigenden Ast. So, und da werfe ich keinem, gar keinem Duisburger Fan vor, dass er dann einfach mal irgendwann sagt, ich brauche jetzt mal hier eine Pause und dann immer noch mit so einer Zahl immer wieder zu kommen, wie gesagt, Respekt und eine tolle Kulisse, eine super Choreo, ich finde, da können wir direkt mal darauf eingehen, du hast die Choreo im Kopf, du hast sie vor Augen, das Bild habe ich auch nochmal von der Presse geschickt bekommen, in einem richtig geilen Foto, kann es sein, dass es Absicht war, dass der Typ, der das Herz in der Hand hält, keinen Kopf hat, dass der MSV Duisburg hier als kopflos dargestellt wird, kann es Absicht sein, würdest du den Ultras, den Choreo machen, würdest du das zutrauen, dass sie das mit Absicht tun, weil der MSV im Moment nicht ganz so kopflos, nicht ganz so mit kühlem Kopf reagiert oder agiert in den letzten Jahren? Könntest du dir das vorstellen? Kurz und knapp, ja. Voll und ganz, also wenn es, ich habe es jetzt hier auch gerade nochmal parallel offen und ich schreibe auch gerade beispielsweise schon eine Tim rein, ja, war mit Absicht, inwiefern das jetzt wirklich so ist, lassen wir mal dargestellt sein, aber wenn es einfach nur um die Kreativität der Menschen da draußen geht, dann würde ich denen das niemals abstreiten und, ja. Es war auch die vierte Choreo, ne? Du bist es schon immer gewesen, du wirst es für alle Zeit sein, die einzige ganz große Liebe, mein Herz schlägt für dich Spielverein. Das waren die vier Choreos, die so ein Stück, also großartig, können wir nicht anders sagen, großartig. Definitiv. Und zum Thema Stefan und Piet, ich habe mich nach dem Spiel auch nochmal mit dem Stefan kurz unterhalten, dass der überhaupt noch eine Stimme hatte nach der Mannschaftsaufstellung, nachdem er die vorgeschrien hat. Ja, also du hast jetzt schon viele Punkte angesprochen, während ich mache jetzt hier Disco gerade, merke ich. Aber ich bin auch dafür... Ah, die Insta-Lichter, die Insta-Lichter. Der Modus von Stefans Insta-Licht ist in die Disco gerutscht, kann das sein? Ich fühle mich Disco. Ja, also, lassen wir es mal so. Ja, auf jeden Fall, du hast schon recht und ich bin jetzt auch kein Freund davon, wer hat mehr und wer stimmungsvoller. Aber ich bin einfach auf dem Zug mit aufgesprungen und sage ganz ehrlich, für die dritte Liga MSV gegen Rot-Weiß Essen, ob es jetzt spielerisch Zweitliga-würdig war, das werden wir gleich besprechen, das lasse ich aber mal beiseite. Aber stimmungstechnisch in dem Stadion, ich meine, da gibt es ja keine zwei Meinungen. Und das ist ja auch genau das, worüber wir uns hier glücklich schätzen können. Größtenteils seit dreieinhalb Jahren auf diesem Kanal. Sehr, sehr friedvoll, wie miteinander umgegangen wird, wie das Ganze sachlich und fair betrachtet wird. Klar, ich bin ja auch in dem einen oder anderen Format früher mal dabei gewesen oder immer noch, auch in den letzten zwei, drei Jahren, wenn es um die Regionalliga ging. Nochmal, da muss am Ende dann irgendwie auch fair beurteilt werden. Und ich glaube, um irgendwie schon mal zumindest eine Aussage vorwegzunehmen, daran, wo der MSV sich jetzt gerade befindet, da ist nur einer wirklich dran schuld. Und das ist der MSV selber, ja. Und ob wir jetzt ein Spiel gegen Essen verloren haben oder so, das werden wir in dem Fall, das werden wir jetzt auf den Punkt bringen, das werden wir jetzt besprechen. Und deswegen, Michael, würde ich sagen, damit die Leute ja heute wieder ein bisschen Zeit haben, um hier abzustimmen, vielen, vielen Dank erstmal da draußen, dass ihr heute ausnahmsweise an diesem Montag dabei seid. Ich habe jetzt hier gerade über 330 aktive Leute mit offiziellem Account am Start. Es sind viel, viel mehr, das wissen wir. Ich möchte an dieser Stelle ganz kurz eine Sache sagen. Auch herzlich willkommen an dieser Stelle an die Gewinner des Derbys, an die Essener im Chat. Liebe Duisburger, lieber Essener, tut mir den Gefallen, tut uns den Gefallen. Seid im Chat so, wie wir das hier bei uns gewohnt sind. Macht, seid nett zueinander, Rivalität geschenkt, auch richtig, wichtig und richtig. Aber bitte alles über der Gürtellinie, so wie Stefan und ich uns auch immer bemühen, das so zu tun. So, jetzt Stefan. Genau, das Zebra des Tages müssen wir einmal hier nominieren und dazu... Novum, Stefan, ich sag's dir, Novum. Ich will ja nicht vorweggreifen, aber ich sage, es wird ein Novum geben. Wenn du mir nicht dazwischengrätscht, gibt es diese Woche ein Novum. Ja, da bin ich mal gespannt. Pass mal auf, dann lass uns das doch so machen. Ich werde mir hier nochmal die Mannschaftsaufstellung... Die brauchen wir ja gleich eh, wenn wir darauf zu sprechen kommen, auf die Ausrichtung unseres MSV. Und ich glaube, mich erinnern zu können, dass wir uns im Stadion einig waren. War das so? Wir beide waren uns einig, aber da wollen wir gar nicht drüber sprechen, damit die Leute selber abstimmen können. Also lass uns bitte nicht sagen, wen wir favorisieren. Also die Kickernoten sind auch schon übrigens wieder da. Ja, ja, aber da gucke ich nie hin. Okay, pass auf. Abwechselnd oder soll ich direkt zwei reinhauen? Lass uns abwechselnd machen. Okay, dann nehme ich ohne große Vorweg-Begründung Joshua Bitter. Vincent Müller. Thomas Plädel. Schiene Duikene. Und damit haben wir das Novum. Wir haben Kaspar Janda nicht nominiert. Jetzt bin ich mal gespannt, ob der das verpacken wird, wenn er morgen... Er wird. Ob wir morgen die sind, wenn er morgen die sind. Er wird. Pass auf, dann erzähl mal eine Minute und ich hacke das hier alles schön ein. Ja, was soll man sagen? Wir haben die Aufstellung vor uns, da können wir direkt reingehen. Also die vier, die nominiert sind von euch, jetzt gleich in der Abstimmung bei YouTube freigegeben. Also es sind Joshua Bitter, Vincent Müller, Thomas Pfeilrückzieher Plädel und Schiene Duikene. Und dann gehen wir gleich in die Aufstellung. Und hier kann ich schon mal vorwegnehmen, da sind sich mal wieder Kicker und andere Experten uneinig. Und zwar spielen wir bei Kicker eher mit einem 4-1-3-2. Also mit einem 4-4-2 mit einem flachen Stirlin-Pledeljander sehe ich eher nicht. Und bei der Sportschau zum Beispiel spielen wir mit einem 4-3-3. Da bin ich schon ein bisschen eher, aber wir werden jetzt Stück für Stück drauf eingehen. Soll ich mal die Frage stellen, Stefan? Ich mache das mal. Stefan, in der Aufstellung, ist irgendetwas passiert in der Startelf, wo du sagst, das würde ich so absolut nicht verstehen? Also du jetzt nicht verstehen? Oder aber alles so, wie du dachtest, wie es passiert? Naja gut, zur Wahrheit gehört natürlich, dass vor dem Spiel noch so ein paar Fragezeichen herrschten in Bezug auf beispielsweise der Mitteilung oder Meldung von dem Gesundheitszustand von Baran Murgultai als Linksverteidiger. Also wir haben alle vor drei Tagen, also drei Tage oder zwei Tage vorm Spiel noch diese Mitteilung mitbekommen, dass er dort wohl im Training das Spielfeld verlassen musste, dementsprechend das Training abgebrochen hatte. Also da war mit Sicherheit so, dass man ja keinen 100% fitten Baran zur Verfügung hatte. Dementsprechend haben sich ja die Außenverteidiger mehr oder weniger, wenn man jetzt bedenkt, dass Köter, glaube ich, auch gar nicht zur Verfügung stand. Dementsprechend ja komplett von alleine aufgestellt, weil kein Murgultai, kein Köter und kein Kölle, dementsprechend kein Linksverteidiger am Start. Ja, wobei... Ja? Sag ruhig. Wobei Sänger auch Linksverteidiger spielen kann. Ja, gut. Man hat sich dann in dem Fall für Fälscher entschieden. Man hat auch dann in der Mitte, in der Zentrale wieder was geändert, dass man gesagt hat, dadurch, dass Fälscher natürlich links rüber gehen muss, brauchst du dann jemanden, der rechts verteidigen kann. Das hast du dann mit Bitter gemacht, den du aus der Mitte gezogen hast. Dementsprechend wieder dann darum auf Knolli und Mai gesetzt, wo du sagtest, okay, Knolli hat ja auch gegen Bielefeld, so wie ich es mitbekommen habe, nicht von Anfang an gespielt. Hat er doch nicht, ne? Genau. Genau, dadurch, dass er dann halt auch Probleme immer unter der Woche hatte, war ja dann auch auf dem Fanabend, boah, schon was hat es dort so zumindest hinterlegt. Und dann gab es für mich noch die Überraschung mit Plädel, dass er dann anscheinend doch so weit ist, dass er sogar starten kann. Ja, wir haben letzte Woche hier schon reingehauen, hey, dann lasse ich ihn mal mehr Zentraler spielen, ne? Um dort seine technischen Fähigkeiten mehr zur Geltung bringen zu lassen. Und was ich nicht nur wahrscheinlich sogar genauso gemacht hätte, ist, dass du auf jeden Fall Spieler gebracht hattest in diesem Spiel. Und du weißt selber, ich bin nicht der aller, allergrößte Ekene-Fan. Aber du hattest hier Leute in so einem Derby, wo ich sagen würde, das hätte ich auch so unterschrieben, dass du sagst, ich bringe mit Stirlin und Ekene zumindest zwei läuferisch starke Spieler rein. Mit Ekene jemanden, wo du auch im Umschaltspiel zumindest jemanden hast, der da die Meter machen kann, der die Grundschnelligkeit hat, der robust ist und der, wenn man ihm eins nicht vorwerfen kann in seiner Duisburger Zeit, dass er immer noch für mich auch zumindest einer der Wenigen ist, die auch auf seine Verhältnisse Gas geben. Nochmal, wie gesagt, bin ich der größte Fan. Spielerisch ist ein ganz anderes Thema. Aber ja, konnte sich schon sehen lassen, erst recht, wenn du bedenkst, welche Alternativen, welche großartigen Alternativen besitzt der MSV gerade aktuell, wenn ich mir die Bank angucke. Robin Müller, Jonas Michelbrink, Benjamin Giert, Anharie, dann auf der Bank gar nicht zum Einsatz gekommen, Fleckstein, Mogultai, Sänger und König. Da fällt die Auswahl jetzt nicht enorm schwer. Ja, also um dir da mal ganz kurz zuzustimmen, ich finde Fälscher auf links auch gar keine schlechte Wahl, weil er eben ein guter Zweikämpfer ist. So, Essen auf der linken Angriffsseite vor allem oft mit Young, sehr viel Tempo, mehr Tempo als zentral. Dementsprechend Bitter, der schnellste von den Vieren über die rechte Abwehrseite, vermutlich auch eine schlaue Variante. Wir standen sehr, sehr oft, leider stand Bitter sehr, sehr oft ein bisschen alleine da in der ersten Halbzeit. Das haben wir sehr, sehr schlecht verteidigt auf der rechten Abwehrseite. Stelin hat die Seite nicht zugekriegt in der Halbzeit 1. Kann man sich jetzt streiten, ob es auch manchmal Ikene war, aber in meinen Augen eher Stelin, der da zu wenig verschoben hat auf die rechte Seite. Dementsprechend stand Bitter da oft alleine da, aber hat es trotzdem gut verteidigt bekommen, noch, bis auf eine Situation, glaube ich. Ja, also das, Verteidigung, Viererkette, verstehe ich. So, und dann ist es so eine Philosophie-Sache. Spielst du mit einem 4-1-4-1 mit einer Doppel-Acht oder einem 4-3-3 mit einer Doppel-Acht aus Jander und Stelin, hast du eher die Arbeit gegen den Ball im Kopf. Spielst du mit einer Acht aus Jander und Michelbrink, wie wir das zum Beispiel gegen Münster und Unterhaching gemacht haben, dann hast du eher im Kopf, den Ball zu haben. Wir haben uns hier dazu entschieden, mit einem, wie du schon sagst, laufstärkeren Spieler zu spielen. Michelbrink ist nicht der laufstärkste. Ist eine Philosophie-Sache, kann man sehen, wie man möchte. Ich bin eher der Meinung, Michelbrink wäre die mutigere Variante gewesen und Mut ist das, was das Wichtigste ist in unserer Situation. So, und dann, Stefan, lass uns nicht wieder darüber diskutieren, lass uns nicht ewig darüber sprechen, was mit Esswein ist. Du kennst meine Meinung dazu und all diejenigen, die im Chat schreiben, Ekene, verstehen sie nicht, dass er hier nominiert wird. Ich möchte euch einmal die wahnsinnig, na, wahnsinnig ist das falsche Wort, aber die eher schlechte erste Halbzeit nochmal vor Augen führen, in der Ekene, ich sag mal, also zwei Klassen besser war als Esswein. Und das, obwohl Esswein vermutlich technisch wirklich deutlich, deutlich besser veranlagt ist als Ekene. Und das ist ein Armutszeugnis für jemanden, der eigentlich vorangehen müsste. Und damit bin ich für heute tatsächlich fertig mit Esswein. Du kennst meine Meinung, das werde ich dann im Spiel nicht mehr weiter vertiefen. Ja, Plädel so ein bisschen als hängende, fluide, hängende, falsche Spitze, wie auch immer man das nennen möchte. Man hätte... Die abkippende 9. Ja, ja, abkippende 9. Das ist auch eine Frage, spielst du eher mit einem tieflaufenden Ekene und Plädel über rechts? Haben wir nicht gemacht und Ekene hat aber immer wieder gute Wege gefunden, vor allem in der zweiten Halbzeit. Hat immer wieder gute Tiefe gefunden, gut eingesetzt über Bitter und hat dann das eine oder andere Mal die Tiefe gefunden über Außen, die er wahrscheinlich in der Zentrale nicht gefunden hat. Also, für mich, bis auf Stirlin und Esswein durchaus eine komplett richtige Aufstellung. Zumal, du hast es gesagt, sehr, sehr viele Ausfälle auch da waren. Du hast gerade auch schon zwei, drei wichtige Punkte noch mit reingeworfen. Einmal, dass man natürlich versucht, dort sein eigenes Spiel so ein bisschen danach auszurichten. Auf der anderen Seite, du hast gerade so entscheidende Punkte angesprochen, wie eine sehr, sehr laufstarke und sprintstarke linke Seite von Rot-Weiß Essen. Also, auch nicht nur Yang, sondern auch Brumme, der natürlich als Linksverteidiger immer wieder mit nach vorne gestoßen ist und auch dort sehr, sehr viel Tempo aufnehmen kann. Deswegen auf jeden Fall schon klar und deutlich jemand wie Bitter da gefordert. Und auf der anderen Seite, gerade wenn du bedenkst, dass auch zentral zumindest jemand wie Schapina bei Essen umherläuft, dann ist es ja wichtig, nicht nur jetzt mit Plädel und Jander, sondern zumindest mal, naja, auch wenn es jetzt kein Arnold Schwarzenegger-Verschnitt ist, aber jemanden wie Stirlin, der auch mal zumindest mit dem Körper ein bisschen robuster ansatzweise dagegen halten kann. Genauso wie auch Ekene, der ja immer mal wieder in die Mitte gekommen ist. Also von daher ergibt es Sinn, dass du auch beide Komponenten so abgedeckt hast. Zum einen, dass du dein eigenes Spiel irgendwie so anpassen wolltest. Auf der anderen Seite, dass du auch auf den Gegner reagierst. Und jetzt, mein Gott, was würden wir uns alle aufregen, wenn wir sagen würden, ja, wir gucken gar nicht da drauf. Also von daher schon folgerichtig. Und dritter Punkt, die Alternativen waren natürlich jetzt auch nicht so unbedingt gegeben, wie wir es gerade schon angesprochen haben. Ja, ja, wie gesagt, also Michel Brink wäre die Alternative für Stirlin gewesen. Und ja, da ist es dann eben eine Frage, was willst du als Trainer? Genau, dann würde ich sagen, wir haben alles besprochen rund um den Einstieg in dieses Spiel. Ich kann an dieser Stelle schon mal sagen, Leute, ihr seid Wahnsinn, 370 mit einem offiziellen Account hier und viele, viele weitere im Hintergrund. Also versuchen wir mal heute Abend hier den Rekord aufzustellen, über 400 zu kommen mit einem offiziellen Account. Und auf der anderen Seite, Breaking News, Michael, die Leute, all diejenigen, die hier drin sind heute, die können noch mal ein paar Abos da lassen. Uns fehlen noch genau zwölf Stück. Zwölf Stück, dann haben wir die 3000 erreicht. Wäre ja trotzdem, oder besser gesagt, trotz des Ergebnisses vom Samstag ein toller Trost hier zumindest für uns beide. Würden wir uns sehr darüber freuen. Hinterlasst gerne noch mal ein paar Likes und ein paar Abos. Und dann gehen wir auch schon rein ins Spiel. Und man muss ganz ehrlich sagen, wenn wir uns die erste Halbzeit mal vor Augen führen, so gesamtheitlich jetzt mal, um es schon mal vorwegzunehmen, man hatte schon den Gedanken wieder irgendwie, zumindest ging es mir so, man hatte leichte Bielefeld-Vibes, weil also, ich glaube, Essen mit Sicherheit mit so 60, 70 Prozent Ball besitzt. Am Anfang erschien es so anfangs ein bisschen mutiger, aber da kam auch dann letztendlich schon die eine oder andere erste Chance von Rot-Weiß-Essen zustande. Lass uns da mal in den Highlights zumindest reingehen. Wir, in dem Moment ein bisschen mehr aufgerückt, in der gegnerischen Hälfte, es kommt ein langer Ball. Der wird dann von Sebastian May abgefangen. Und ich finde, systematisch in dieser Situation schon, oder bildlich jetzt mal gesprochen, ergeben sich sehr, sehr viele Fragezeichen, aber werden auch viele, viele Dinge deutlich. Das heißt, May schon nicht 100 Prozent mit der saubersten Ballannahme. May schon nicht mit einem super geilen Zuspiel auf Castaneda, weil du solltest eigentlich wissen, na klar, jetzt macht Santi noch die eine oder andere Bewegung in die Richtung, aber den spiele ich doch besser rechts auf dem rechten Fuß an, wo er dann quasi dann sofort die Situation mit seinem Fuß lösen kann. Der Ball gelangt aber von May, dadurch, dass er ihn irgendwie noch zwischen den Beinen hin und her eiert, auf den linken Fuß von Castaneda. Ja, Schapina erkennt das sehr, sehr gut, antizipiert, wie man ja so schön sagt. Und dann ist der erste Kontakt leider auch nicht sauber in der Situation. Und gerade wenn du auf der 6 spielst und die Mannschaft sich im Vorwärtsgang befindet und gerade beim MSV in der Situation natürlich doppelt und dreifach tödlich, Essen spielt das auch gut aus, das muss man fairerweise dazu sagen. Also Ballgewinn von Schapina, der dann in dem Moment auch noch wartet und genau den Ball in der richtigen Situation spielt, weil man hätte vielleicht spekulieren können, dass es dort auf Abseits ausgeht. Also auch Knolli, glaube ich, verhält sich noch in der Mitte so, dass man sagen kann, okay, der versucht dann, ich weiß gar nicht, wer es ist, ich glaube ich, Wonic, der versucht, ihn ins Abseits zu stellen. Aber Young macht natürlich dann den extremen Laufweg von ganz, ganz weit hinten, zieht dann an, kommt gut über Außen hinweg, dann läuft noch Bitta hinterher, läuft auf Wonic auf und ich sage mal so, wenn Young jetzt ein bisschen souveräner ausspielt, beziehungsweise wenn er sogar vielleicht in die Mitte ablegt, dann muss es dort relativ früh auch schon 1-0 für Rot-Weiß-Essen stehen. Also Punkt 1, gebe ich dir recht, wahrscheinlich die schlechtesten, schwächsten 10 Minuten von Castaneda, die ersten 10 Minuten, sah sehr unsicher aus, aber an dieser Stelle, in diesem Moment würde ich gar nicht so sehr sagen, dass es eine schlechte Ballannahme war, sondern ich glaube, er legt ihn sich direkt weiter und erkennt einfach nicht, dass er hinter sich jemanden hat. So, dann kommt die Grätsche von Mai, die ist ja komplett überflüssig, Grätsche auf der Mittellinie. So, und dann, Stefan, Regelwerkfrage an dich. Wonic steht im Abseits. Und dann hinterher gibt es einen Zweikampf zwischen Bitta und Wonic, wo beide zu Fall kommen. Naja, wenn er da nicht aktiv wird, erklär mir das bitte. Ich verstehe diese Regel nicht, weil du bist doch, es kann doch nicht sein, dass du nur aktiv wirst, wenn du mit dem Ball agierst. Du bist doch, du greifst doch aktiv ein, indem du verhinderst, dass Bitta Young verteidigt. Abgesehen davon, dass wir das schlecht machen, ne? Aber das lässt sich... Aber Wonic steht, ob Bitta Wonic umrennt oder umgekehrt, ist vollkommen egal, aber Wonic steht Bitta im Weg. Er greift ein, er ist nicht Luft. Ja, aber da würde ich sagen, dass es genau der entscheidende Punkt ist, weil Bitta läuft hier auf Wonic auf. Ja, und, aber der darf gar nicht eingreifen. Nein, der darf gar nicht Teil des Spiels sein, wenn er im Abseits steht. Und wenn er einfach durch ihn durchläuft und ihn umrennt, dann sollte es doch so sein, dass der mir im Weg stand und dementsprechend aktiv wird. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Müsste man jetzt nochmal Alex Feuerherd von Kolinas Erben anrufen? Mach das mal. Soll ich es parallel machen? Nein, nein. Ich weiß nicht, der geht bestimmt sogar dran. Also, kann ich nicht sagen, weiß ich nicht, ist aber auch vollkommen egal. Young kann den Ball querlegen. Young hat zu viel Zeit. Wahrscheinlich hat er zu lange nachgedacht, was er mit dem Ball macht. Und Vincent Müller hält ihn gut. So, vielleicht einfach nochmal alle zusammen drüber nachdenken. Young kann allerdings vorbeigehen. Nochmal kurz drüber nachdenken, ob es vielleicht aktiv ist. Auch wenn das Foul von Bitter kommt. Egal. Dritte Minute, Essen reißt das Spiel an sich. So war das Gefühl auf der Tribüne. Genau. Und wenn man sich da einfach nochmal vor Augen führt. Wir haben letzte Woche darüber berichtet, Bielefeld und was das für ein erschreckender Auftritt war. Jetzt im Derby ist das der Mannschaft bewusst. Wir haben es ja auch am Fanabend nochmal den Trainer gefragt. Und ja, ja, ist bewusst. Umso erstaunter musste man ja eigentlich sich mit den Augen reiben oder die Augen reiben, dass man doch insgesamt, finde ich zumindest, sehr, sehr passiv agierte. Äh, den Essenern sehr, sehr viel Ballbesitz erlaubte. Natürlich immer mal. Ängstlich. Bisschen ängstlich. Ja, genau. Man hatte, kam bei dir auch so an, ne? Also bei uns allen irgendwie so, wir saßen ja relativ gut, also auch zentral. Du hattest einen guten, guten Blick darauf. Du hattest ein Gespür dafür. Es wirkte sehr, sehr ängstlich. Und das ist genau das, was ich sage, wenn ich nach dem Dortmund-Spiel, habe ich gesagt, Wural muss endlich Mutiger aufstellen. Das ist dann passiert. Und hier gehen wir auch einen Schritt in die richtige Richtung. Wenn wir das Bielefeld-Spiel nehmen, sind wir, oder das Uerdingen-Spiel und danach das Bielefeld-Spiel, da haben wir auch wieder zwei Spiele Learning für Boris Schommers. Und auch er muss wahrscheinlich jetzt erstmal seine Bilder sich machen, sein Learning daraus ziehen und hat jetzt auch etwas Mutiger aufgestellt. Aber eben noch nicht mutig genug. Denn wir haben in der zweiten Halbzeit gesehen, was passiert, wenn wir einer Mannschaft wie Rot-Weiß Essen keine Luft zum Atmen geben. Denn das ist das beste Rezept, ist dieses mutige Fußballspielen. Kommen wir ja gleich noch zu. Kommen wir gleich zu. Ja, sollte also dann genauso in der ersten Halbzeit... Achso, Entschuldigung, ganz kurz noch. Du hast gerade gesagt, so ein bisschen was von Bielefeld hatte das. Kleinigkeit, ganz anders. Wir haben schon hoch angelaufen direkt. Also von der Grundausrichtung war es schon anders. Ähm, aber du meintest ja auch eher den Ballbesitz, ne? So, es war von der Anlage des MSV ein anderes Spiel als gegen Bielefeld. Aber trotzdem auch hier, äh, ja, Essen hat die erste Halbzeit komplett dominiert. Und, ähm, kommen noch Szenen in der ersten Halbzeit, die du besprechen möchtest? Ja, jetzt nicht explizit. Wir haben ja auf jeden Fall... Genau, doch, eine, 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 eine Sache noch. Und dazu haben wir auch, glaube ich, äh, nach Spielende nochmal richtig heiß diskutiert auf, auf meinen Plätzen. Du kamst ja nachher nochmal zu uns. Und zwar, auf der einen Seite hatten wir nochmal den Distanzschuss von Fufak, dem Rechtsverteidiger, der dann übers Tor geht. Ähm, ja, kann man so machen. Aber viel erschreckender. Ich glaube, es war so eine Passage rund um die 30. Minute herum. Ah, meinst du die Hackenvorlage, äh, wo Castaneda den Fuß zwischen hat und er dann, äh, kurz, die zweite Chance, wo er direkt vor Vincent Müller auftaucht? Ja, 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 da läuft Brumme halt durch und taucht genau vor, äh, vor Vincent Müller auf. Also, der braucht ja eigentlich auch nur zwei Meter rüberschieben. Dann steht von dem Stahl sowas von blank und der schießt ins leere Tor rein. Also auch, äh, hat man so ein bisschen runtergespielt, aber für mich eine 100-prozentige Torchance. Wirklich 100 Prozent und, äh, wenn man da jetzt mal einen Strich ziehen müsste, müsste man ganz folgerichtig sagen, erste Halbzeit kann es auch schon 2-0 auf jeden Fall stehen. Was ich aber noch viel... Also, wenn ich Essener wäre, würde ich sagen, muss 2-0 stehen. Was ich aber noch viel erschreckender fand und dadurch, da wir, dass wir sehr, sehr nah dran saßen, also es war um die 30. Minute herum, wo es eine Passage gab. Ich glaube, da spielte 10 Minuten, 10, gefühlt, 5-10 Minuten Rot-Weiß Essen bei uns im Sechzehner. Also, da war, äh, eine Passage bei, die war erschreckend. Also, da habe ich eigentlich nur drauf gewartet, bis jetzt gleich der entscheidende Pass kommt und es gleich 1-0 steht und klingelt. Das war, das war wirklich erschreckend, wie 5-10 Minuten gefühlt, wie gesagt. Ich habe es jetzt nicht handgestoppt. Aber Passagen, Stafetten in unserem Sechzehner standen, wir gar keinen Zugriff hatten, dann wird der eine ausgetanzt, dann der andere, dann wird hier gespielt und da gespielt. Habe ich so in der Art und Weise, und wir haben ja hier wirklich schon viel reviewt, Michael, und viel gesehen, viele Niederlagen, viele schlechte Leistungen, aber das so in der Art und Weise habe ich noch nie gesehen, dass eine Mannschaft im eigenen Sechzehner, wir reden jetzt nicht in der eigenen Hälfte, sondern gefühlt im und um den eigenen Sechzehner, 10 Minuten lang sich den Ball hin und her spielt. Wahnsinn. Ja, kann ich nichts anderes zu sagen. Also, ähm, erste Halbzeit geht, äh, vor allem auch aufgrund dieser Passage und aufgrund der zwei, ähm, Chancen, hundertprozentig 2-0, äh, nach Essen. Ähm, das, ähm, was man eben auch gut gesehen hat, Essen hat ein sehr, 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 sehr spielstarkes Innenverteidiger-Duo, ne? So, die haben sich eben sehr, sehr gut befreien können. Rios, Alonso und Götze sind halt eben mit dem Fuß am Ball wirklich gut, ne? Muss man, muss man neidlos anerkennen. Genau. Dementsprechend 0-0 zur Halbzeit und, ähm, naja, ich weiß nicht, wie es bei euch aussah oder bei dir in dem Fall, aber ... Ach so, die Aussage zur ersten Halbzeit, äh, ich hab ja direkt, ich hab ja das ganze Spiel mit Peter zusammen geguckt, Peter Kötzle, und er hat zu mir dann relativ früh gesagt, dieses Spiel wird durch Fehler entschieden. Also, kein, hier wird keiner ein Tor schießen, wenn der andere keinen Fehler macht. War am Ende nicht ganz so, zumindest nicht 100 Prozent so. Natürlich waren Fehler dabei, aber es war eben auch, äh, viel Schönes dabei. Ich muss das leider so sagen bei dem 1-0. Aber soweit sind wir lange noch nicht. Soweit sind wir noch nicht. Bei uns steht's hier noch virtuell 0-0, obwohl's da 2-1 eingebendet ist. So, und dann kommt, dann kommt am Anfang der zweiten Halbzeit eine ähnliche Phase des MSV, wie du sie gerade für Essen beschrieben hast. Äh, fast ein Eigentor, Kopfball von Essen nach einer Ecke. Fast ein Fallrückzieher. Lass uns, lass uns der Reihe nachgehen. Willst du sie wirklich sezieren, die Sache? Nein, ich, ich, oder, oder dann mach du es, dass wir jetzt alle Sachen angesprochen haben. Also, du hast gerade ... Ja, ich will einfach nur, ich will einfach nur exemplarisch ein paar Sachen nennen, ne. Da war einmal der Vorstoß von Ekehne. Erst die Aktion noch zurück, also die Ecke mit fast dem Eigentor, wo Golds dann halt abtaucht. Das war ja sofort nach der Halbzeit. Genau, direkt danach. Und dann sprichst du ja diesen besagten Spielzug an. Und ich finde, das war mal eine Situation, wo du erkennen konntest, du könntest dann doch auch mal spielerisch. Naja, da siehst du halt, was so ein Ekehne mit seinem Körper und seinem Tempo mit dem Ball machen kann, wenn er am Außenverteidiger eben mal mit tiefem, tiefem Körper vorbeisprintet, ne. Also wirklich, wirklich gut gemacht, dass er den Ball, den letzten Ball danach nur mit Glück dann irgendwie zu bitter bringt, ist was anderes. Aber dann bitter, erste Chance, ne. War es, glaube ich, bitter, ne. Ja, lass uns, lass uns doch dann das am besten dann doch mal einmal kurz, weil du hast ja jetzt viele Elemente angesprochen, die dafür, äh, ja, aussagen, dass, dass, dass es eventuell geht. Auf der einen Seite, du fängst den Ball ab über Kastaneda, spielst dann nochmal kurz, äh, über Außen. Der Ball gelangt dann zu Plädel über Umwege, beziehungsweise über, über die rechte Seite. Und was der dann halt mit dem Ball machen kann, das hat er zumindest in der Szene mal direkt angedeutet, im ersten Moment. Das heißt, der Ball wird mit der Hacke weitergeleitet auf Ekehne. Und du hast es gerade gesagt, wenn der die Möglichkeit hat, sich mal um seinen Gegner zu drehen, ja, dann hat er natürlich die Möglichkeit mit Geschwindigkeit, aber auch auf der anderen Seite auch, dass er sich nicht abkochen lässt, ne. Also, er hat ja einen Körper. Jetzt muss man fairerweise dazu sagen, du hast es gerade angesprochen, so gut wie das Essener Innenverteidiger-Duo ist, ja, ist Götze jetzt nicht unbedingt der allerschnellste. Deswegen hat das schon aus MSV-Sicht ganz gut gepasst. Also nochmal, bitte nicht falsch verstehen, Götze ist einer der besten Innenverteidiger der Liga. Amen. Aber das ist natürlich dann nicht unbedingt seine Stärke. Der dreht sich also rum und läuft dann bis, und das lernst du ja auch schon heutzutage in der E-Jugend, lauf bis zur Grundlinie, mach die Meter, halt den Kopf oben. Hat er in dem Moment, Götze kommt noch hinterher, Stirlin nimmt als erster Abnehmer den Ball, ich sag mal so aus sieben, acht Metern. Götze macht sich lang, wehrt das Ding. Ach, Stirlin war es, es war gar nicht bitter, sorry. Nee, nee, Stirlin wehrt den Ball ab. Ja, und was Pledel dann macht, hat er ja letzte Woche schon gegen Bielefeld versucht, zum einen, der Seitfallzieher. Liegt er halb in der Luft, macht einen Fallrückzieher. Und Michael, ich muss... Wahnsinnig stabil, wahnsinnig stabil in der Luft. Also zwei Dinge, zum einen, dass der Junge sich das nach dieser Verletzung, die er hatte... Das hab ich auch gedacht. Du machst Dinge, wo du einfach wieder auf dieser Schulter landest. Also der scheint ein Vertrauen in seinen Körper wieder zu haben. Genau. Das Ding scheint komplett ausgeheilt zu sein. Also, oder sogar drei Sachen. Zum einen, er ist von Anfang an gestartet, er hat sich das anscheinend zugetraut, haben wir ja letzte Woche schon gegen Bielefeld drauf spekuliert, dass er wahrscheinlich von außen langsam kribbelig wird und unbedingt der Mannschaft helfen möchte. Dass er dann auch so lange gespielt hat, hätte ich auch nicht unbedingt für möglich gehalten. Dass er dann dieses Selbstvertrauen an den Tag legt, unbeirrt ist und dann mehr oder weniger so in der Luft steht. Und das dritte hab ich jetzt vergessen. Ja, also der Vorteil bei Verletzungen, wie sie Plädel und Kölle auch haben, ist ja, dass du körperlich gar nicht so viel Rückstand bekommst, weil du viel früher deinen Körper wieder auf Temperatur bringen kannst, als deine Schulter komplett ausgeheilt ist. Kölle rennt ja seit Ewigkeiten schon wieder Steigerungsläufe, obwohl er noch gar keinen Zweikampf machen darf. Das heißt, wenn deine Schulter irgendwann komplett ausgeheilt ist, ist dein Körper schon wieder fit. Also jetzt nicht Wettkampf-fit, aber konditionell wieder fit. Das heißt, du hast einen Vorteil, weil der restliche Körper funktioniert. Das heißt, konditionstechnisch ist es ein anderer Fall, als wenn du dir, weiß ich nicht, Sprunggelenksverletzungen zugezogen hast. Du hast den Punkt wieder gewonnen. Genau, ich hab den dritten Punkt. Und zwar, wir haben ja letzte Woche schon gesagt, oder auch in der Review am letzten Mittwoch, du musst irgendwie durch gewisse Aktionen, sei es eine Grätsche, klassisch immer so im Sinne, das Publikum mitnehmen und abholen. Und dass es jetzt natürlich ein Fallrückzieher ist, der dann auch noch aufs Tor kommt und der gefährlich daherkommt, das lässt sich natürlich im Vorfeld nicht bestimmen. Aber das fand ich, hab ich so wahrgenommen auf der Tribüne, war für mich so ein Hallo-Weck-Ruf. Das war für mich die Aktion, wo du das Publikum mitnimmst, wo du es wachküsst, mehr oder weniger, und wo danach alle dann dieses klassische Anfeuern wahrgenommen haben. Und das braucht der MSV, wenn es darum geht, also jetzt nicht falsch verstehen, man braucht jetzt nicht jede Woche ein Fallrückzieher, wird nicht machbar sein, aber man braucht diese Zeichen, wenn du schon nicht so befreit nach vorne spielen kannst, wenn du schon nicht in der Lage bist, irgendwie großartig Tore zu erziehen, wenn du seit drei Jahren nicht in der Lage bist, irgendwie deine Heimspiele sauber herunterzuspielen, dann musst du irgendwie was tun. Das kann von mir aus, wie gesagt, die Grätsche sein, das kann der unerbittliche Kampf sein, das kann das Anlaufen vorne in der Spitze sein, das können die gewonnenen und geführenden Zweikämpfe sein, das kann eine Parade von Müller sein. Aber du brauchst irgendwie was, wo du dich als Mannschaft darstellst und auszeichnest. Das war halt gegen Bielefeld über 90 Minuten gar nicht der Fall. Wo sollte ich als Fan auch mal sagen, ey, geil, oder ich feuere dir jetzt bedingungslos an. Es muss ein Zusammenspiel zwischen Fans und den Spielern sein. Und das ist für mich ganz wichtig. Dadurch rüttelst du das ganze Thema wieder auf oder stichelst du die Leute an. Und von da an war es ja dann wirklich eine offene Partie. Hört sich fast schon an wie ein Resümee hier. Kommen wir gleich noch zu. Kommen wir noch zu, ein bisschen früh. Wird gleich noch schlechter, kann ich schon mal sagen. Okay, dann werde ich gleich den Kontrapart vermutlich bilden. Aber, ähm, ich gebe dir recht, die Phase war, ja, also du hast die Fans mitgenommen, 100%. Übrigens, sorry, Breaking News, 2999 Abos. Einer, einer. Einer fehlt. Komm, einer, wer ist jetzt der eine? Hey, komm, komm, Leute, einen noch. Ruft Oma, Opa, Vater, Mutter, Tante. Ruft sie alle an. Es kann nur einen geben, Michael. Es kann nur einen geben. Stefan, wir haben vor der Sendung, haben wir im Off-Air ein bisschen drüber nachgedacht. Gab es überhaupt mehr Situationen als die beiden zum Tor führenden Situationen für Ruft was Essen in der zweiten Halbzeit? So, und damit sind wir bei der ersten, ne? Oh, 3000, Stefan? 3004. Chapeau und Toast auf euch, liebe Leute. Herzlichen Glückwunsch an uns und vielen Dank an euch. Ähm... Dann das Tor aus dem Nichts. So, ähm, ich glaub, da können wir reingehen, oder? In das Tor. Ähm, du hast eine Situation von dem inzwischen eingewechselten Wiegel mit Kaspar Jander. Eine gefühlt fünf bis zehn Sekunden andauernde Wirrwarr-Zweikampf-Situation. Hast du's vor Augen? Ich hab's vor Augen und hab's sogar jetzt gerade nochmal... Du hast es sogar eröffnet. Ja, ich mach's aus der Erinnerung. Und dann kommt der Ball, nachdem Jander diesen Ball tatsächlich nicht gewinnen kann, noch mehr. Er kann ihn nicht nur nicht gewinnen, sondern Wiegel behält ihn auch noch. Das heißt, er geht nicht mal irgendwie ins Aus. Nein, Wiegel behält den Ball und kann ihn nach außen spielen. Und, äh, dann kommt Kuruma und läuft parallel zum Sechzehner. Recording stopped. Läuft parallel zum Sechzehner, läuft erstmal, ähm, an einem relativ, äh, passiven... Du verwechselst jetzt gerade, glaub ich. Was? Kuruma hat doch damit gar nichts zu tun gehabt. Entschuldigung, Obus, hab ich Kuruma gesagt? Ja. Entschuldigung, Obus. Äh, ich hab mich in der Zeile vertan. Ähm, Obus, ähm, an einem relativ unbeteiligten Fälscher vorbei. Dann, äh, kriegt Jander den Zweikampf nicht. Und wenn du es offen hast, ich hab's so in Erinnerung, auch Plädel trifft eine Entscheidung, ähm, dass er sich nicht Richtung Obus bewegt, sondern den Rücken, den Rückraum abdeckt, wo noch ein Essen erwartet. Hast du's...